Also Leute, es ist was Unglaubliches passiert. Ich habe Besuch. Das Jahr ist rum. Also da hinten sitzen irgendwelche Assis. Der Andy, der Piet und der Woidbriet. Und wir haben heute ein Unboxing vor. Und zwar das. Jeder packt so eine Astralklanz-Top-Trainer-Box aus. Und mal sehen, wer am besten zieht. Der, der am schlechtesten zieht, bezahlt einfach für alle. So ist der Plan. Und das machen wir jetzt. Okay Leute, also ich fange an. Ich mache jetzt mal hier auf. Oh, erstmal gegen die Cam gedonnert. Ja, ich bin es nicht gewohnt, dass eine Cam über mir hängt. Okay. Ich sollte aufhören, gegen die Cam zu donnern. Also, wir brauchen ja eigentlich nur unsere Packs. Der Rest ist wie immer dieselbe Scheiße. Und die zeige ich halt nicht nochmal. Was halt noch geil ist, ist hier das. Das sollte jeder haben. Energiekarten. Bock. Dann sind noch Würfel drin und so weiter und so fort. Aber naja. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Passt. Das stimmt schon mal. Fangen wir mit Silvacho an, Leute. Wir fangen mit Silvacho an, oder? Gönn doch mal. Ey, Lars, was geht? Warum bist denn du heute nicht hier, Lars? Was ist denn da los, Lars? So, die Code-Karte kommt weg. Und dann schauen wir mal. Also, ich muss jetzt erstmal gucken, weil ich muss das jetzt anders halten als sonst. Wobei, wie machst du denn das jetzt? Hört man mich noch? Mikro muss ja auch dabei sein. Also, wir haben eine Feuer-Energie. Scharpes Gewürz-Currie. Ja, das ist von Teezy. Magneton. Großmaulmoor. Ich kenne die ganzen Karten nicht, bin ich besoffen. Ah, doch, Quiegel. Doch, den hatte ich schon. Den hatte ich schon. Hüffchen. Die Katze. Ja, die hatte ich auch schon ein paar Mal. Ja, du hast ja die Katze nicht mehr hier. Boah, Schrift. Hut, Hut. Eine Trainer-Celestis. Das ist die glitzernde Karte. Das war schon. Das ist interessant, weil das letzte Mal hatte ich doch hier den Diamant und die Perltusse. Jetzt habe ich auch noch Celestis. Und. Ah, den hatten wir auch schon. Na, okay. Das war das Erste. Zu. Nächster. Man hört dich noch. Tu was dagegen. Ey, dein Maul, Junge. Der war gar nicht schlecht, Alter. Naja, weil ich drehe mich ein bisschen weg vom Mikro und das ist natürlich nicht so gut. Und das Peck ging nicht gut auf. Jetzt. So. Eine Code-Karte. Weg damit. Weg damit. So. Weiter geht's. So, Curl, ja. Das könnte ja schon mal ein Zeichen sein, dass ich jetzt auch das geile Garde-Wort ziehe, wie ich es für den Last gezogen habe. Oh, das wäre sogar geil. Das würde ich feiern. B, Lila, das ist die Attacken-Alte, ne? Spitzhacke. Einsichler. Oh nein, nicht wieder Axanter, wie? Ich bin im Erbe. Oh Gott. Das nächste wird verkauft, ey. Oh nein. Trauenfugil. Ich bin im September-Ether. Das stimmt. Sneebel, männlich, Puck. Trassler. Oh, oh, oh. Das wird echt ein Garde-Wort, Leute. Das wird echt ein Garde-Wort. Trassler. Gaunuchs. Und Regigigas. Aber, das glitzert. Ja, das ist mal ein Holo. Das ist nur ein Holo. Regigigas. Und das Gaunuchs halt auch. Da glitzert halt hier das Schwarze halt, ne? Okay. Jetzt ist das Ding, die Code-Karte hatte einen schwarzen Rand. Und ich habe eine Holo drin. Das ist jetzt vielleicht gut, vielleicht schlecht. Ich weiß es nicht. Aber die Code-Karte hatte echt einen schwarzen Rand. Okay, Leute. Wie ihr seht. Seht ihr glitzern das. Schickes Garde-Wort. Ja, das war voll das Garde-Wort, ne? Okay. Nummer drei, Leute. Nummer drei. Wenigstens kriege ich jetzt immer schön die Packs auf. So, Leute. Nummer drei. Das kommt was Gutes, man. Ich glaube, den hatte ich bei Lars auch schon. So, Schildarus. Oh, klein noch Tobutz. Zwei von drei. Magnetilo. Plaudergei. Gibt es hier auch Tocke-Kiss? Stimmt. Klebtifuchs. Wieder Trassler. Oh, der glänzt aber geil. Magnetilo als Solo. Sieht gut aus. Behalte ich vielleicht sogar. Und Regi-Rock. Schon wieder ein Regi. Lol. Diesmal glitzert es nicht. Ne, ist nur ein normales Regi-Rock. Schade, Schokolade. Okay. So. Nächster. Alge, Alge, Alge. Hey, Satori. Wenn ich noch nicht Hi gesagt habe. Hi. Hi. So, ein Code. So, Leute. Weiter geht's. Denboku. Hatten wir auch schon. Energie-Lotterie. Zipurze. Hutut. Wieso? Ich wollte mal. Manntags. Oh, das ist die Ursache. Regi-Legi. Ey, ey, jetzt. Wie viele Regis ziehe ich denn? Das ist aber wieder eine... Eine schöne... Oh, die sieht doch cool aus. Und die letzte... Regi-Drago. Wollt ihr mich ficken? Ich ziehe hier ein Regi nach dem anderen. Das ist aber wieder eine normale, ne? Also, das ist irgendwie so die Regi-Box heute. Okay, Halbzeit. Bis jetzt war nur Scheiße drin. Bis jetzt war echt nur Scheiße drin. Scheiße, ich muss dann bezahlen. Ach, ihr könnt ja schlechter ziehen als ich. So ist ja nicht. Also, wenn einer von uns gar keine Ruhe zieht, dann hat es das Lippe-Legi-Such. Erst aufpassen, bis du ganz Lippe-Legi-Such fertig bist. Dann zur Beirung. So, das Schwerball, Leute. Schäterwurst. Irgendein Parfüm. Beidorfisch. Damirplex. Leute, das sieht cool aus, das Süft. Ey, das gibt's doch auch mit Punita, das trinkt, ne? Zipurza. Nochmal Hut-Hut. War das vorher nicht dieselbe Reihenfolge? Wieder Voltoball. So. Glitzer, Glitzer. Der Energie-Lotterie. Und? Akani. Das hatte, weiß ich nicht, hatte das nicht der Rick heute schon oder so? Aber das war doch ein ganz anderes Set. Ich hatte einfach ne Malte-Technologie. Ne, wie ist da einfach... Drei noch. Na, warte mal, das geht so rum nicht auf. Andere Seite. Und jetzt geht's auf. Der Müllberg, Alter. Hört immer kurz aus. So. Hey, die Nachbarskinder nehmen schon wieder Kokain, aber... Nö. So. Energie. Kampfenergie. Noctu. Noctu sieht gut aus. Ist aber nix wert. Den Boku. Den hat man jetzt aber auch schon dreimal. So. Wieder Magnetilo. Wieder Togepi. Aintan. Der Uwe. Der ist auch dabei. Matribi. Oh Gott. Belila. Jetzt hab ich gefühlt schon alle Trainerkarten als Holo. Jetzt fehlt, glaube ich, kaum noch was. Und... Uli Porba. Bis jetzt ist noch nix dabei. Ich hab noch zwei Packs. Ich hab noch zwei Packs, Leute. Müllberg 91. Ja. Süß. Was, das Fuli Porba oder was? Oh, das Pack ging jetzt aber gut aus. Ging ja runder wie Öl. So, Leute. Also, die Code-Karte ist schwarz. Ich glaub da ja nicht dran. Ich sag's ganz ehrlich. Und ich sag einfach, dass da immer wieder ein Remax drin oder ein Angeblatt oder so. Oder mindestens eine Holo. Psychoenergie. Belser. Silvanas Vitalität. Ah ja. So. Jan Mega. Ah ja, guckt. Hier ist doch das Punita, was auch Wasser trinkt. Die haben einfach zweimal das gleiche Vieh gemacht. Lustig. Geronimatz. Moltoball. Hucanu. Jetzt hab ich schon was vorweggenommen. Gladiantri. Da haben wir hier Plex. Da ist es. Es glänzt. Und sieht auch schön aus. Und es frisst, glaube ich. Es frisst. Und. Ne Vieh-Karte. Dialga Vie. Ur-Dialga Vie. Ach du Scheiße. Ist das gut oder schlecht? Also, schlecht kann's ja nicht sein. Das ist meine Vieh, nur Vieh. Wetter als nicht. Ne, ich dachte. Sukoi. Hülle ran. Wenn einer von uns gar keine Vieh-Karte hat, das hat für mich war verloren. Ja. Das war ein bisschen. Ja. Ein Vieh-Karte. Ja. Das herne. Ich dachte, dass da keiner die Trainer-Galerie-Karte hat, war auch nicht zu fadeln. Aber er hat auch einen Fakt ist ja noch da. Also, kann noch was kommen. So, hab's eingetütet. Ach, ich wollte jetzt nach vorne, weil ich das gewohnt bin. Ich muss ja so halten jetzt. Also, Leute. Die Ur-Dialga Vie, ist die was wert? Zumindest mal einen Euro oder so? Einen Euro. Erstmal Reih-Karte. Erstmal Kleingeld gezogen. Pock. Zwei Euro. Yay, 2,50. Ey, ist ja schon besser als das von Lars. Lars. Lars ist mal. Wobei, bei Lars hab ich halt immer die Axanthor gezogen, ne? Ja. Zwei Euro. Okay. Leute, letzte Pack. Ich krieg's vor Freude nicht auf. Aufregend. Jetzt geht's auf. Sie ist wieder schwarz. Leute, sie ist wieder schwarz. Ich denk wieder in die Mode oder mehr. Mittel. Mittelenergie. Mittel. Okay. Eins für Peis. Der Tauschwagen. Mentoron. Feuriegel. Nice. Den hab ich noch nicht so oft gezogen. Krass. Happy Hippo. Jetzt kannst du, dass der ja auch drin ist. Cool. Arc-Tipp. Wieder Darm hier. Superplex. Zwei Euro 59 ist die Karte wert, die ich gezogen hab. Ja. Oh, Piet. Mogelbaum. Als, äh. Als Holo. Guck mal. Ja, wieso? Die geht für 20 Cent oder so. Und die letzte Karte für mich. Danach kommen ja noch die drei anderen. Jan-Zi. Ja, Holo. Holo, ja, es glänzt. Hier, schwarz war immer also Holo oder Höher. Stimmt tatsächlich, ey. Schwarz war immer irgendwas dabei, ne? Ja, tatsächlich. Von daher, denke ich schon. Ich hab's ja von verschiedenen Luflern, den ich vorhin geworfen würde, wo, auch wenn ich das nicht mehr machen kann, weil sie das nicht mehr machen können, naja. Okay, Leute. Das war meine Session. Jetzt kommt wer anders. Ja, die. Ja, die. Moin. So. Ähm. Saß ich schon mal in dem Stuhl? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall jetzt schön warm vom Mulei. Ja, mein Arsch. Diesmal nicht der Sack. So, da ihr ja die Box schon kennt, gönnen wir uns hier auch nur Fixie Booster. Biere hier. Biere da. Zu geklappt. Da liegende Hüllen, alles klar. Gucken wir mal, was haben wir denn. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Da ist ja für jeden was dabei, würde ich sagen. So, fangen wir mal an. Wunderschön mit dem, ähm, Bivaro. Kot. So, wir haben, ähm, ne Wasserenergie. Tauschwagen. Enteron. Cognodon. Bautz. Ponita, was säuft. Chironimatz. Voltoball. Ich warne dich, kein Knack. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal ziehe. Hisui Focano. Reverse Holotraunfugier. Was ist passiert? Er ist ein Silvaro-Pack. Ups, Rainbow Silvaro. Boah. Alter. Da muss das Kondom ran. Ja, auf jeden Fall. Nice. Erster Pack, siehst du. Moin. Ich hab's doch gesagt. Rhythmus-Teilmittel. Aber warum ist denn das wieder das, was ich will? Damit du es mir schöner abkaufen kannst. Ja, also ich meine, Rhythmus-Teilmittel ist eigentlich nicht gefallen, alles. Gut, ich hab jetzt schon mal auf jeden Fall einen kleinen Vorteil heute. Also er hat mich jetzt schon besiegt, cool. Ja. Sehr gut, ich glaube, ich kann da dazusagen. Ne Waro ist echt eine hübsche Karte, kann man nicht meckern. Wobei, ich weiß immer nicht, was ich von den Rainbow-Teil hatte, ob ich das normale optisch schöner finden würde. Also ich meine bei den Trainerkarten... Also jetzt nicht preislich, sondern optisch, ne? Igelava, Energielotterie, Hippotherus, Hisui-Baldorfisch, Baus, Hisui-Baldorfisch. Oh, okay. Ja, Baldorfisch gibt es in zwei verschiedenen Artworks. War gerade verwirrend. Chironimatz, Bronzel, Magnetilo. Oh, ich hab auch das Magnetilo. Und Dark Haiwi. Sieht richtig gut aus. Das sieht aber auch geil aus, ne? Das kannst du auch locker easy haben. Das hier ist optisch ein schöner Hingucker. Cool. Atmurai. Ja, das war auch echt mal jetzt nötig, weil Positionsangriff hat in letzter Zeit echt reingeschissen, die letzten paar Unboxings, die ich gemacht habe. Ach genau, ja. Und das von gestern war auch shit, ja. Jan Mega, Botronin, mutige Spitzhacke, Bonita, was säuft, Geronimatz, Arctip, Hisui-Fukano, Hisui-Baldorfisch, Reverse-Holo-Schmerbe. Oh, Alter! Oh, die ist viel wert. Das ist, glaube ich, die zweitwertvollste Karte, oder? Oh, Junge. Ich, 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 mein... Alter! Ich habe halt gesehen, es kommt was. Ich dachte, das wäre aber eine normale Idee. Die Karte ist richtig wertvoll. Junge, die ist geil. Ich weiß nicht. Ja, Alter, wir waren vackeniert. Das Gute ist ja, ich arbeite ja in Zukunft noch mit dem Rick zusammen. Das ist nicht ganz so schlimm. Bei den anderen beiden ist dann kacke. Okay, nächstes... Alter! Nächster Attenbeif. Also, 8 Puls, oder was? Glaube ich nicht, aber das wäre jetzt übelst... Das wäre richtig, Alter. Das wäre jetzt übelste Sorte. Wenn das jetzt stimmt mit dieser... Wenn das jetzt stimmt mit dem weißen Rand, kriegen wir jetzt hier tatsächlich nichts Gutes raus. Aber muss ja auch mal sein. Sehr effektive Brille. Hisui, Elektroball, Kaifel, Sichlor, Ottero, Bautz, Bronzel, Plaudergei, Alter! Strahlendes Vita. Junge, was machst du denn? Und natürlich Axanthor. Ah, Axanthor. Aber das wäre trotzdem gut. Das läuft auf jeden Fall. Das habe ich jetzt doppelt. Tatsächlich. Ähm, hier. Ähm, Palkia. Halbzeit! Ich glaube, ich bleib mal hier stehen. Das interessiert mich. Das wurde immer schlimmer gerade. Jan Mega. Taizo. Kaifel. Charmian. Hisui, Voltobal. Barschuft. Sichlor. Ähm, Mantax. Reverse-Holo-Bautz. Oh, Bautz! Und Gaonux. Da gefällt mir aber das Bautchen wieder. Ja. Ähm, Feuerenergie. Sehr effektive Brille. Antoron. Belila. Kleptifuchs. Lilminip. Hisui-Baldorfisch. Quiekel. Ja doch, Pfiffchen. Reverse-Modul Finsterpflaster. Regi Drago. Boah, das mit den Regings bei mir. Das war einfach so viel. Also, wenn jetzt nichts mehr kommt, ist es trotzdem super. Junge, das ist sehr zu viel, also viel Geld ist das so. Ich habe jetzt gut gemacht. Nur, dass das die Alte auch... Nee, was war das? Die Alte halt. Ja, die Alte. Ja, die Alte. Bautz. Bronzel. Plaudergei. Ein Reverse-Holo-unbekanntes Fossil. Und Regi-Eis. Äh, das war auch noch die. Äh, das gibt es auch noch die Regi. So, und jetzt noch die Jalga zum Abschluss. Hast du Regi-Rot schon gefordert? Ja, ja. Ja, oder an Regi-Stil jetzt einziger noch? Regi-Stil noch. Dann haben... Was ist denn mit Regi-Gigat in Hammond? Das hast du gelegt, das holen noch. Hab ich. Ja, das holen noch nicht mehr. Ähm, Stahl-Energie. Neutralisierendes Parfüm. Finsterpflaster. Cognodon. Torgepi. Sichlor. Hisui-Baldorfisch. Damhyoplex, was frisst. Zirpurze. Rappenreiter Coro Nospa Wimax. Aber den hab ich auch, ne? Den hab ich auch gezogen. Der ist aber auch nur... Und Mammute. Ich meine, Top-Trainer. Das kann man nicht mit. Der war meiner Ersten als Freiklanz drin. Der ist einer von Spaltier und sowas. Den geb ich dir auch mit zum Verkaufen. Ja. Ja, aber es ist krass. Langsam glaub ich echt, die Top-Trainer-Boxen sind krasser als die Displays. Ich weiß auch nicht. Wie ist eigentlich Defensory-Problem-Dial? Ist es okay oder ist es kacke? Ist eigentlich okay. Ja, das kann man traden lassen durch da. So, Lars, lässt sich das nicht beaten und geht jetzt los und holt sich noch weitere Packs. Okay, Leute. Ähm, sieht gut aus. So, jetzt müssen wir beim Beat mal richtig Daumen drücken. Ja. Nicht das Kanin hierhin, ich weiß. Ja, ich hoffe, dass ich meinet nicht mal was Gutes. Die soll wohl Letzter werden, oder was? Äh, die Karten nimmst du, oder ne? Ja, leg die einfach hier auf den Stapel, hier. Ja. Oder andersrum. Oh, was ist denn schwarz? Ich glaube, wir können wahrscheinlich ein Rollo oder so. Also immer schön einfach hier auf den Stapel legen. So, jetzt lass den Beat mal auspacken. Das erste, eine Stahl-Energie-Karte. Oh, ein Föhn. Geil. Ein Zirpeise. Oh, geil, ein Kinderwagen. Was ist das? Ein Ottero. Ein Baum. Ein Bautz. Oh, ich hätte gern die Bautz-Bauter, wenn ich nichts wertet. Kriegst du. Oh, fuck. Das wäre nur so ein bisschen was für ein Stenting-Feyner. Ein Pernita, wo das Wasser trinkt. So, meinst du. Dann hier, wie war es? Hallo, Teddy-Ursa. Oh, nice. Oh, je. Und? Oh, da... Eine Dammit-Javi. Auch ein guter Anfang. Ist jetzt nicht viel wert, rag ich dir gleich. Aber noch so eine Karte, dann bist du besser als ich. Mach trotzdem. Man hat trotzdem kondomt, guck mal. Ja, mach doch. Immer schön ein paar Hüten. Immer auf den Stapel beim Bautz. Ah ja, zur Info, wie die mehr ist, ne? Ich bin Single. Eigentlich müsste ich dir deine Dialga jetzt abnehmen, weil dann kann ich die Reihe voll machen. Ich gebe es dir doch eh gleich mit. Ja, mein Gott, dann wird bitte der Abstrau vorbei. Ich werde noch ein. Ja, dann muss er noch handeln. Oder? Das ist das richtig, oder? Genau. Ja, voll. 15. Also, ja. Ja, 15 bis 20. So, den Spiegel. Ach, die R-15. Ach, die R-15, nein. Ach, die R-15, nein. Ach, die R-15, nein. Ach, die R-15, nein. Mein Name, der R-15 geht wahrscheinlich noch. Ja, der R-15 geht wahrscheinlich noch. Ja, der R-15 geht wahrscheinlich noch. Ich gebe dir einfach Yu-Ki-Ur-Karte. So, Feuer. Ja, der R-15 mit. Ja, der R-15. Ja, der R-15. Jan-Lega. Ja, der R-15. Keizo. Okay, 20. Oh, Gen 2, Keifel. Sonst würde ich das dir auch wohl in einem Spal. Damian. Ja. Und Bolteball. Wir gucken einfach nach der Mann. Und Baschhoft. Ja. Und Sichlor. Das ist nicht gut. Ja, das ist noch recht. Und Wannthax. Ich glaube, das ist noch recht. Ich glaube, das habe ich schon. Ja, das hast du auch noch. Ja, das habe ich schon. Ja, das habe ich schon. Ja, aber Quayuzo ist cool. Ja, das habe ich schon. Cool, ey, wenn du eins willst, ne? Ja, ja. Was? Ja, okay. Ja, aber ich habe das schon. Ja, also immer, immer eine Hülle im Moment, das Strahlen doch steht. Ja, ich will doch noch ein bisschen Mehrwert haben. Ja, ich meine, in der Hüpfung geht es doch auf 4 Euro oder 5 Euro. Das ist so ein bisschen. Cool. Ja. Und das Pied war jetzt wie für jeder von 5 Dezember oder so. Ob wir den Böhl, ja genau. Ja, das ist auch. Ne, vielleicht wird es ja Muley. Oder Muley? Ja, Muley. Ja, gut. Wagen habt mal, fertig. Aber das ist meine Kacke, was meine Worte sein. Ich habe Angst vor euch allen. Ich habe allen einfach verangst, Alter. Ja gut, eigentlich hat der Pied jetzt auch von Pfeffer. Ja, ja, ja. Aber schick dich verhütten, wenn du wüsstest, ne? Manche schlägt durch. Ja, ich hätte mich noch bezogen. Ja. Da wäre da gar nichts drin gewesen. Da wäre das wirklich drin gewesen. Aber ich hatte auch mal so eine von, von, äh... So, wieder wie das erste Päck. Stahlenergie. Ein Myriador. Eine ECB vom... Energielotterie. Das war wie das seit seiner Nummer 7 gemacht. Fünf ohne weiße, da gibt's eine Sterne. Ja, genau. Ein Self? Ein Dillmini? Ein Anton? Ein Anton? Ja, ich hab da eine nie gezogen. Schon wieder von Nita. Oh ne! Oh ne Baumbox! Weg in Müll, Alter. Noch Self? Ein Hornweißer. Schade. Schade. Warum einer ist krass? Es kommt da noch. Ja. Hat man noch fünf Stück. Obwohl... Ne. Ah ne, ja. Ja, ein Anton, ja. Jungfrau, aber Erfahrung. Ich hab die ja so viel einfach nur... Zuerst die Starter. Und dann nur noch Palkia und Dialga hinten dran. Und bei den Startern waren überall die geilen Fieger drin. Ja, kann auch. Unnormal. Ich glaub bei uns auch nur Scheiße zu sein. Oh, jetzt kommt die Elektroenergie. Cool. Direktmagneter. Passend. Oh, die Schuhe. Ein Keifel. Ein Kniebel. Achso, stimmt. Ein Drassler. Magnetilor. Togepi. Enton. Sorio. Muss der Luna. Ach, das war schon normal. Oh Gott! Mann! Oh Mann! Schön. Ja. Ja. Ja, Mogelbaum. Ich hoffe das toppt noch. Weil so lange sind wir auch nicht mehr hier. Wir müssen noch 130 Kilometer zurückfahren. In Westen. So. So. So, hier die Kampfenergie. Ein Enteron. Oh, Gognodon! Schwanz! Ein Sinotempel. Ja. Ein Klebtifuchs. Ein Klebtifuchs. Ein Nilminip. Ich dachte, das wäre ein Rainbow. Das ist dann so... Alter Fisch. Oh, Quiekel. Jetzt brauche ich noch Mammute. Pippchen. Der Westen stinkt. Ja, ist klar. Ja, ja. Ein kleiner Handtrieb. Und... Oh, Axanthor. Ach, wie habt ihr da los? Ey, einer muss eigentlich noch Axanthor-Wie ziehen. Ich will doch nur das Machomein. Ja. Heute kam ja das YouTube-Video, wo ich... Ja, kein gutes Feichen. Das habe ich heute hochgerehrt. Habe ich schon einen Daumen runtergegeben. Was? Nichts like. Ey, aber das ist ein Klick. Nice. So, jetzt hier. Psycho-Energie. Jubeldorf! Wir bleiben es auch morgen. Rotronin. Ein Hallo aus dem Bus. Okay. Okay, zum Lotto. Weißt du? Ach, der Lass. Der Lass. Der Lass-Pichler. Der Lass-Pichler hat durch. Ein Feuerriegel. Gen-2. Der Happy-Hepo. A-Aktib. Da haben wir Blacks. Oh, ein Trainer. Silvanas Vitalität. Sieh gut aus. Oh, richtig gut aus. Scheiß Regis. Ich habe die fast alle gezogen. Allein. Ja, das ist mein erstes. Das ist alles. Uhhh. Ja, da kommt was. Anzure. Unlicht. Entourage. Anzure. Verbex. Belila. Alter, was ist mein Name? Belilah. Belilah. Underworld. Boah, das ursache ich nicht, keine. Damia Blacks. Die Karten. Geronimatz. Und Sichtloch schon wieder. Oh, da kommt das Axanthor, wie? Ja, wahrscheinlich. Schmerbe. Traunfugel. Jawoll. Oh, das sieht gut aus. Da, los. Und Regirock. Boah, ist das Pymoterpil? Nee, doch nicht, oder? Nee, das ist keiner. Regirock, das ist einfach nur die Nei. Ja, das ist halt von der Vierlauhr. Die sieht gut aus. Die kannste Schüberbälle leisten. Ja. Ja, los. Rote Ball. Immer in etwa drin. Mit dir hat nie einer gearbeitet. Die haben immer alle geerbt. Endlich mal einen guten Trainer. Ja, das Endring auch gut aus. Jetzt mal erstmal die Karten hier. Erstmal verreißen. Alle Wöl. Das ganze Rolli-Familie, alles. Das Endartikel braucht keiner. Mach mal noch einen Euro-Shop auf. Oh, das ist schon das Setze-Pack. Eins noch? Ja. Dann räum mal erstmal kurz aus. Dann mach's gut ein. Ja, komm, jetzt noch gar nicht. Mach mal eben noch ein. Also, das steht auch schon besser als ich. Hör dich mal auf. Ja, das schreibt gerade Amp-Bau. Amp-Bau, mach mal eine Halterung voll, Alter. Kriegst du einen Arsch, Fick. Ja, mit der Halterung kannst du alles machen, was du willst. Ja. Du kannst sogar umbiegen und in Beide. Ja, eben. Dann können wir jetzt immer diese Qualität liefern. Und der ist hart. Ja, das ist hart. Und der ist richtig hart. Hart und wiegt. Und die Halterung auch. Und der hält auch durch. Okay, weiter. Aborretter. Oh, Aborretter. Gut. Das ist wieder was für dich, Muley. Ja. Unbekanntes passiert. Laptifox. Ich will da einen Tod kaufen, so drauf. Und da ist der Rand halt immer. Ja, aber braucht selber einer. Deswegen hab ich die Mock-Bau. Baldorfisch. Äh, Baldorf, du ne. Oh, fuck. Wiegeln. Ein Fehlvieren. Wiegeln. Also. Ratchet. Ach, komm, komm. Ja, aber das war ja auch. Zwei Regis untereinander. Mann. Jetzt sind alle Regis damit. Weil, bei allen Regis. So ein Scheiß. Ein, zwei, drei, vier, für mich sexy. Mach. Ich bleib schon wo. Ich muss das so aufmachen, weil dann seh ich wenigstens nicht diese scheiße Code. Dann hab ich ja gar nichts mehr. All right. Gut. Der geht weg. Eins, zwei, drei, vier. So, gucken, was ich da schön runter hab. Ne, Psychoenergie. Da haben wir ein Geduld-Turbo. Mal wieder vor mir. Ein Kirl hier. Oh, wie ist der? Ich spüre gerade wo. Ja, okay, voll gerne. Gibt's einen Säßigler. Und wieder. Oh, Schmerbe. Alexander. Dranfugel. Na, aber das ist das Sneebel. Jetzt willst du Stress, Alter. Ich glaube, ich glaube. Ja. Ja, und Rassler. Ein Traverse. Klebtifox. Und ein Holo-Sneeper. Das haben wir gerade davon gesprochen. Nice. Na, ja, gesto. Okay. Also, red doch mal vom Nachfrager-Rimax öfter. Ah ja, ich auch, Alter. Ja, kann er doch nicht. Upsala. Ja, jetzt gerade nicht, aber so. Oh, ich muss es weiter. Falls man da was kann. Also, wenn es nach dem Wandel wieder vorbei ist, dann rede ich nur noch davon. Ja, wenn ich jemanden normalen Rassler-Rimax öfter. Also, nach Traverse-Rimax, nach Traverse-Rimax, nach Traverse-Rimax, nach Traverse-Rimax. Oh, das ist ja wirklich. Oh, lol. Okay. Nun haben wir eine Kampfenergie. Celestis. Ein Jan-Mega. Und ein Zwar-Tronen. Und das ist ein Klebtifox. Ein Quiekel. Ein Janma. Meine erste Katze. Ein Femian. Ein Pfiffchen. Oh, und Reverse-Evoli. Oh, das klingt geil aus. Oh, und ein Nord-Nopto. Jawohl. Amine, wie immerhin. Oh, das fühle ich aber auch, ne? Ja. Das haben wir auch, oder? Ja, das ist ein Klapper-Rimax-Rimax, weiß ich ja. Wobei, ich mach das mal mehr in die Mitte, oder so, dass man das mit 10 plant. Hülle, 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 Hülle. Na gut, ich mein, so krass ist jetzt nicht, aber... Naja, doch, wenn es in meinem Ordner landet schon. Ja, egal. Ja, mir egal. Ich bin auch, ich kriege das. Da, Andi, der verteilt das doch eh nachher. Ja, sicher. Andi, ich tausche mit Yu-Gi-U-Karten, ich schaffe, ey. Naja, sicher. Bestimmt, irgendwoher bin ich das Wettbewerbster. Ach, das ist echt, ist auch egal. Schauen wir mal. Ja. Okay. Naja, die brauchen auch für stille Stunden. Ja, sicher. Gut, dann haben wir eine Elektroenergie. Und das Torputz. So lässt es wieder. Und dann hier ein Mega. Hisui Focano. Ein Gladiantri. Eine feurige. Ein Hippopotas. Eine Arctip. Reverse Energielotterie. Und da Kaiji. Ja, damit. Ja, damit bin ich jetzt da. Danke. Ja, 50 Euro für mich bitte, dass ich sie da zurückkriege, kommt vom Zahn. Ja, fahr schon mal nach Wandel. Ja, mir bin ich da echt. Ah, ja. Nee, das ist die Runde. Aber schön, dass auch das Darkstein. Ja, erst mal. Weil ihr mich alle gefühlt mit zwei Packs schon übertroffen habt. Alle drei. Das war halt auch echt übel vorhin. Ja, ja. Irgendwie hat unsere Timpons gekämpft. Wir haben wirklich nur Shit gezogen. Ja, da war nicht mal eine Rollo oder so. Wir haben ja beide das Darkstein. Ja, ja. Wobei, das Reverse muss da hin. Ja. So. Dann kommen wir an eine Stahlenergie. Und ja, ein Mega. Und sonst Fortronen. Eine mutige Spitzhacke. Und ein Mannfax. Und ein Scarabhorn. Noch ein Evoli. Sichlor. Oh, okay. Und dann noch ein Schmerbe. Reverse Magneton. Oh, ja. Und Registration. Oh, das geht natürlich nichts ohne den Regi, ne? Oh, ja. Oh, schau mal. Oh, ja, schau mal. Oh, ja, schau mal. Oh, jetzt ist Halbzeit, öh. Und das war's raus. Und das hat ja Kassi-Torgen. Oh, ja. Und dann hab ich mir auch ein paar Spiegel. Ja, das weiß ich noch mal. Die habe ich noch. Ja, die habe ich auch. Ja, die meine ich gerade. Die gibt's nämlich auch mit, äh... Das heißt, die Dräner. Ja, ja. Dann noch die Pflanzenenergie. Dann hab ich heute hier noch. Ein Bronzong. Wanne. Eine sehr effektive Brille. Ein Hisu-Elektroball. Ja, ja. Ein Traumfugil. Ja, das war's. Hisu-I-Sniebel. Was ist das? Ja, das war's. Ja, das war's. Wir haben eine Tilo. So. Moogelbaum. Moogelbaum. Da ist schon wieder. Oh, und der Setra gegen den Trainer-Teil. Sehr schön. Alter, was ist denn? Und eine Holo-Voltrus. Ja, das sieht doch nicht wieder wieder. War übrigens wieder eine schwarze Energie. Ja, ich weiß. Ich glaube, das war gar kein Ding. Ja, cool. Ja, das kann man eigentlich so festhalten. Ja, aber ich hab's gesagt. Wir wollten mal glauben. Aber, ich meine, ein paar Sachen wenigstens. Ich glaube, die schwarzen immer die guten sind. Ja, ist halt immer. Man hat's keine Ahnung, es hat halt... Wie viel früher haben sie immer drauf umgehackt. Heute sind die schwarzen die guten. Mhm. Genau sieht das schwarze-rot-aum-Drache besser als der bläue-ge-weiße Wisch. Das kann gut sein. Ja, also das hast du doch gesagt, sozusagen. Oh, cool. Eins, zwei, drei, vier. Ja, wie soll er? Na gut. Dann die Finsternis-Energie. Zordronen. Bronzung. Noch eine sehr fiktive Brille. Ein Magnetilo. Noch ein Moki-Bomb. Noch nicht. Ein Drift-Lon. Ein Enton. Ein Blaudar-Guy. Reverse Regirock. Und ein Shaman. Das hatten wir heute, glaube ich, noch gar nicht, das Shaman. Und... Das ist egal. Lars hat gerade geschrieben, dass man früher die Karte weiß war, dann war's gut. Kein Name. Also, früher weiß ich's auch nicht. Das ist egal. Ich mach dir auch das wieder seit einem Jahr. Ja, man macht den Denklerad auch. Bald. In einem Stream, aber nicht heute. Ja. Aber man könnte es halt so machen, dass du das auch machst. Und ich mach meinen noch einen Haken auf und schneid es aber zusammen. Und mir sind die Höhen runtergefallen. Ich find's aber nicht mehr. Und jetzt kommen wir zum letzten, ist ein Silvaro noch. Okay, weil die sieht halt gut aus. Ja, Silvaro ist super, also von daher. Gennt das Pack. Oh, warte. Boah, ist so Magie. Junge, was ist denn das? Ja, das ist richtig scheiße, gerade aufstehen. Ja, das ist jetzt. Aber da geht's. Ja, was ist denn? Bäh, pass mal, Alter. Ich trink die Packs jetzt auch gut auf. Ich hatte das noch nie gemacht beim ersten Mal. Ich dachte, wie mach ich das jetzt. Mittlerweile, das mach ich einfach. Wir waren alle dabei, bei deinem ersten Mal. Wir wissen, wie's war. Wir haben alle gejubelt, als ich habe. Gibt's eine Wasserenergie. Das ist ja angehört. Nächsten Black-Druppe. Oh, das sieht doch auch lustig. Ja, den hab ich vorher auch schon gehabt. Nice. Nino. Bei dem wenigsten, da war das erste Mal gelang. Enteron. Ja, ist doch schon. Hissui Barschu. Baldorfisch. Das heißt, man hat auch was gut ist. Mantak. Scaraborn. Dann noch ein Evoli. Reverse Regi Eleki. Und Narktelas noch. Das war in Ordnung. Ja, das war in Ordnung. Ich hab's noch zur Kasse. Ja, also 50 Euro rufen mich bitte. Ja, kann ich noch mal ein Tremium zeigen, was du noch bezogen hast. Ja, kann ich noch mal ein theoretisch. Du musst mir das noch aus Ordnung holen. Ja, stimmt. Ich hab ein Pack davon gekauft. Und hab dann wie, ich mein, sogar mehr, weil da alle Karten hier, die ich gekriegt hab. Ja, sag mal das Neue. Ja. Ich bin auch dabei, Mann. Ja, ja. Hast du dir das erstmal das Booster-Packchen, was du dir gekauft hast? Ja, es war halt das eine hier. Ein einziges hier. Wolltest du, musst du das noch raussuchen. Und da war die drin. Also, ja, guck. Ein Booster und die Recken. Nur 27 Euro. Ah, ja, easy. I mean, so schlimm war das heute gar nicht. Ich hab jetzt. Ich krieg hier unten, ich mein, ja. Ich hab noch mal den Müll bei mir. Ja, äh. Ich krieg ganz gut weg. Ja, ich hab jetzt. Ja, Leute. Halt los. Ja. Wollt ihr Bock? 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 Man kann jetzt quasi sagen, Rick hat ordentlich abgeliefert. Der hat auf jeden Fall sein Geld wieder drin. Piet und Andi war okay, würde ich sagen. Jetzt nicht mega krass, aber okay. Und ich hab verkackt. Ich hab richtig verkackt. Jo. Jetzt macht der Piet das noch fürs nächste Video auf. Das mach ich dann auch noch auf. Und mehr... Mehr ist heute nicht, ja. Aber jetzt müssen wir erst mal aufräumen. Thanks so much. Thanks so much. Vielen Dank.